ganz herzlich willkommen zu meinem fernkurs kristalle verstehen und anwenden in diesem kurs möchte ich dir zeigen wie du sofort loslegen kannst mit kristallen zu arbeiten und ich freue mich wirklich von ganzem herzen dass ich mit dir meine leidenschaft und meine freude nämlich kristalle teilen darf viele menschen kennen kristalle viele menschen haben kristalle in form von armkettchen oder von ringen oder von sonstigem schmuck oder als dekomaterial bei sich zu hause und wissen aber gar nicht wie sie wirklich kristalle auch für das eigene fortkommen für das lösen von blockaden wird es manifestieren kurzum einfach für ein besseres schöneres leben nutzen können und mir geht es einfach darum dir in diesem fernkurs jetzt sofort zu zeigen wie du alles anwenden kannst was ich dir zeige und zwar ohne dass du großartig studieren oder lesen musstest du mit den steinen mit den kristallen die du vielleicht schon besitzt oder vielleicht möchtest du dir auch welche anschaffen und weiß nicht wie du den richtigen für dich findest und genau darum geht es in diesem kurs dass du für dich die richtigen kristalle einfach findest und dass du weißt wie du sie für dich und für deine wünsche und ziele nutzen kannst ich möchte gar nicht viel mehr dazu sagen ich lade dich einfach ein auf diese reise ich freue mich dieses wissen mit dir zu teilen und ich wünsche dir ganz ganz viel freude ein